Ja, hallo und ein Herzgorn zurück zu der Verte 2 und wieder mal dabei ist der Smoker und der Sander und der Luis. Und draus. Hab die Türen doch mir geschlossen, Luis ist noch im Warkong. Wieso Luis ist draus? Echt, der ist hinterher gekommen. Hier liegt ne Machete. Mach ich ne Machete oder nicht? Ich hab das selbe eine. Die Frage war ja auch, ob jemand eine Machete braucht. Ich brauch keine. Und wer hat schon eine? Ui, da kommt was die gesucht. Ich kann das nicht. Wauker, ist denn irgendein kleines Zombieproblem? Ja, ja. So. Lade nach. Hier könnte es doch was gäbe. Wo ist denn? Wo? Wie? Hä? Soja. Ja. Die Gegend ist ja so, als ob es da was geben könnte. Ja, was? Zombies? Aber das ist normal noch Zombie Apokalypse. Ja. Machete! Noch eine? Ja. Hier ist ein Pipon. Hier ist noch die Atmen. Tank. Ich brauche die Atmen. Wofür brauchst du nicht die Pack? Wo hat Gold ist die da immer? Versteh ich nicht. Lade nach! Boah. Ach, wäre aber auch keiner, dass ich verfolgt werde, ne? Aber. Ich hatte da hinten mit ein... ein paar Zombies zu tun. Zombie hinter mir, ja. Pistole. Magnum Eis? Nö, normale. Ich hab was. Ja, wohin. Hinter dir! Tank! 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 Da drinnen die. Tank hier drinnen, verstecken ist doof. WuuuAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA aus ich wollte gerade rausgehen er geht doch noch natürlich lebt er ich wollte gerade raus geht das schläft ich nehme dann mal mein medie pack ich nehme dann mal mein medie pack hier liegen pillen ja munition und waffen munisemogat hier grummelt irgendwas du kriegst die tür nicht mehr auf wo ich glaube ich habe den tisch klein geschossen das war gelogen da waren noch zwei ja auch nicht auf der ecke wo ich war ich habe um das ist ein gast haben irgendwo ist noch was Wie war das noch? Ich hör was. Ich hör nichts. Ich muss was sagen. Schaut schon. Wo? Hin. Wo? Hopp. Da hängt er draußen fest. Aha. Der wollte hier rein, aber irgendwie kam der am Geländer nicht vorbei. So witzig aus. Hier ist ein Gasbomber. Wokka, der wollte zu dir rein. Ich nehm nie jeden mit in meinem Krankenwagen mit. Boah, wer hat da drauf geschossen? Da ist noch ein Zombie reingekrabbelt. Witch! Direkt voraus. Ich hab, ich hab. Schnauze zu Hölle, Boye! Ich hab, ich hab. Oh, die ist da hin. Oh, lef'n Gott. Oh, lef'n Gott. Muss das sein? Was? Ich spiel Klavier, hallo? Hm. Äh, sag ich mal bitte sprechen. Nö. Spiel lieber Klavier. Ich spiel Klavier, du stellst hier oben drauf und fängst an mit tanzen. Und singen. Ich sag das singen. Was soll ich denn singen? Die Waffe ist auch so sinnlos gegangen, kann ich nix für. Ach, du Leute, ist nicht die Glocke. Wann hast du mit dem gequatscht? Äh, äh, da war so einfach, weißt du? Nie, dass der mal was sagt. Ich quatsch den jetzt an oder so, ne? Ohne Verwarnung. Ups. Was bin ich, du Affe? Ja, so. Jetzt hör mal aus, ich geh schon fast durch. Duuuch. Ich darf laden. Au. Gib uns. Ich helfe dir gerne, aber du bist echt schlechte Verlassung. Ohne erste Hilfe, überlebst du. Ich hab gedacht, der kommt, ich hab auch gedacht, der stirbt hier rein. Ist doch sonst so. Zombiefeuer. Was? Hey. Oh. Oh, der kotzt. Oh. Halt für'n Gerücht. Ja, die läuft doch noch. Da müsste doch gleich herbst sein, oder? Der müsste gleich kommen, ja. Oder kommen die noch in Tank? Oh Gott, ich soll da rangehen. Ja, ich weiß, aber jeder muss ja die Tür aufmachen. Ja, hier. Du, es geht ja weg. Dann gehst du eben nicht weg. Ratzentroffel. Alles Lue ist schuld, alles Lue ist schuld, alles Lue ist schuld. Definitiv. Oh, Lue ist tot. Lass ihn liegen. Schnapp dir sein Medi-Pack, Roro. Wo ist denn das? Wow, Kampfbrocken! Äh, wo sind die? Wer? Medi-Pack. Hat doch hier auf dem Boden gelegen? Oder hat der keins gehabt? Ja, der kennt's. Ich wollte nur Roro verarschen. Danke. Hier oben sind aber welche. Äh, ich wollte da mal zumachen. Warte, ich hab' noch mal die Pack. Warte. Äh, ich ziehe dir noch schneller als rein, Augenblick. Äh, eilt euch. Äh, was klaust du dir das? Äh, ich hab' doch ja auch nicht geklaut. Ja, klar, da lag dann aber noch eins. Nein, nein, nein. Jetzt komm ich nebenan die Tür ran. Jetzt? Wieso nicht? Ach, ja. Du kannst... Wow, oh Gott! Wow! Ja, wenigstens hat Thunder geholfen. Auf dich ist immer Verlass, Thunder. Danke. Ich glaube, ich hab' den Boomer getroffen. Äh. Bin ich ganz ehrlich? Hey, dat war ich. Aber du hast wenigstens mir da unten noch geholfen und geschossen. Auf dich ist immer Verlass, Thunder. Danke. Ja, 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 ist gut. Tö. Wieder Kölklau und so, ne? Mhm. Der wartet immer bis zum letzten Moment. Aber der tankt immer gut. Muss ich sagen. Vor allem, der steckt ja dann im Haus erstmal fest, ne? Ja, ähm. Wenn er mich rausgeprügelt hat. Ja, ja. Wie, wie das auch kam. Ich glaube, ich geh jetzt mal raus. Jetzt bin ich draußen. Fangenkönig. So. Äh. Äh. Ich hab' alles. geht so kaputt das war es mal für heute wenn es euch gefallen hat dann macht ein like oder schreibt uns in kommentare oder abonniert uns wenn es nicht so macht dann wird uns freuen bis denn dann tschau tschüss die birne will ich auch haben die ist unzerstörbar ja unkaputt bohrt das ding das war es nicht so